Extra-Folgen! Unprovisionell! Jetzt zähle ich... Herzlich willkommen zurück, Leute! Hallo! Was? Was? Du musst doch zählen, ey! Okay, dann nochmal! Okay, stopp! Extra-Folgen! Unprovisionell! Jetzt zähle ich... Lass knacken! Okay, 3-2-1! Herzlich willkommen! TTT-Extra-Folgen! Richtig professionell! Mit ganz vielen Leuten! Anne, Nefi, Liquid, Good Gaming, Kundran, Dado, Spuro, Julia, Kickbots, Salomius, AGP, ich und hier, ja, Early auch halt. So! Nefi ist jetzt erst durchs Portal. Ich glaube, er ist allein noch nicht rein gewesen. Ach, tschüss! Es ist übrigens Pflicht, direkt durchs Portal zu gehen, ne? Nachdem man ne Waffe hat. Die Waffen im Inner Normalen? Doch, auch da gibt's welche! Aha! Julia ist top top! Aber die hat eh schon früher aufgenommen. Die hat ja eh schon frühzeitig aufgenommen. Und Lobios ist Traitor. Ist confirmed. Fängen sie mal auf, damit auch alle wissen, was sie getan haben. Ey, ihr rennt alle in die falsche Richtung. Ja, Julia ist direkt hinterher gesprungen. Da musste ich sie killen. Ach so! Hallo! Anne ist es! Anne confirmed! Lobios! Wer ist es? Anne Nymous! Was? Frech an sowas? Anne Nymous! Du bist gar kein Detektiv, ich bin der Detektiv. Der hat doch gerade mit dem umgebrannt. Du hast doch gesehen, Dados! Oh! Nicht mein Kollege! Dados, wer war hinter dir? Ich schaff es nicht den Leuten hinterher zu rennen, weil die immer durch Teleporter gehen. Und dann... Hage, wie kommt Hör mich? Oh, ich bleibe ich ab! Das ist ehrlich, ne? Ich hab ihn getötet! Ich hab ihn nicht getötet, Mann! Anne! Ich such den ja jetzt gerade mal. Liquid und Dados! Ich hab Anne getötet! Dados und Anne erzählt! Liquid, Dados und Anne! Anne hab ich getötet! Und jetzt noch Liquid und Dados! Was ist mit mir? Liquid und Dados, Trader! Nein! Doch, confirmed! Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ist nicht! Doch! Liquid ist richtig schlecht! Da ist jemand gestorben! Das war ne... Da war das... Da war das... Liquid und Dados! Ich höre! Da liegt Oli, du... Oh fuck! Stopp, stopp, stopp! Du hast auf ihn geschossen! Nein, auf Dados hab ich geschossen! Warum schießt du auf Dados? Weil Liquid und... Liquid ist zu 100% Traitor und Dados hat nicht auf ihn geschossen, als er daneben stand. Dados hat aber mich auch nicht getötet! Ich muss ja nichts heißen! Das würde aber Sinn machen! Es kann sein, dass Dados auf Gaming geschildert hat! Ich weiß den aber nicht! Rechts! 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 Hier! Hier war was! Wo jetzt lang... Da! Da! Aber das ist der Falsche, oder? Kundrat! Ja! Das ist Oli schon wieder! Ich geh da lang! Erlöb! Hier! 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 Wie wenn man doch auf ihn geholt! Ach! Hab ihn dich hab ihn dich hab ihn como! Ich fang dir neben. Wann spielen wir denn überhaupt? Ah ne! Kundran ist dann der letzte. Ah, der ist doch hier! Wer denn? Kundran. Links, Trotz da. Rechts, links. Ich dachte, Dardosh ist es. Da lang. Da lang ist es. Nein, ich habe gar nicht genug getötet. Ach, das kann gar nicht sein. Es ist Kundran. Nein, es ist Dardosh. Dardosh täuscht nur. Da! Ich habe ihn gefunden. Oh Gott. Flieg! Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Oh Gott. Wer schießt mich auszusehen ab. So war Ärger. Moment. Ich habe ihn erwischt. Ich habe ihn erwischt. Oh Gott. Wo ist er? Ja, da war er. Ich habe Dardosh gemacht. Das war richtig, oder? Kundran. Da lang. Piep einmal. Piep. Sehr schön. Kam er jetzt wirklich aus dem Teleporter raus. Ja, er ist genau aus dem Teleporter. Ja, ich stand ja auch bloß. Aber Dardosh schauen war so lustig. Ja, es gab einfach 100.000 Gänge. Aber Kranz steht bei dir zwei Schüsse. Aber Kranz steht bei dir zwei Schüsse. Scheiße. Kann es sein, dass dieser Entwaffnungsschmarrn da irgendwie gar nicht mehr aufhört? Ähm. Sehr, sehr lange nicht. Warte, warte, warte. Bitte nacheinander, Nephias. Stopp. Oh Gott. Ja, ich connecte es sowieso mal neu. Weil bei mir dieses Entwaffner nicht aufhört. Entschuldige, dass ich das habe. Weg, Dardosh. Hallo, Kondran. Hey Liquid. Hä, warum? Ich stehe bei irgendeinem Dardosh. Ey, ich werde getötet. Nils ist wirklich tot, da muss Dardosh sein. Aber das ist doch Quatsch. Du hast mich doch gesehen. Warte, dann ist es wahrscheinlich Dardosh. Hä? Er hat doch Dardosh gesagt. Nein, aber Nalu war viel zu weit weg, glaube ich. Er hat irgendjemand Liquid und Kondran getötet. Er wurde erschossen. Hä? Moment. Wovon redet ihr jetzt? Er wurde weggesniper. Er hat jemand Liquid und Kondran getötet, Nephi. Das wird ja noch weniger Sinn machen. Ja eben. Ich hatte nur im 16, als ich dir entgegenkam. Ich muss Nephi sein. Nephi hat gar keine Ahnung. Ich glaube, es ist Early, der verfolgt ihn die ganze Zeit. Ich habe keine Ahnung, wo du meinst. Ja, ne, du versuchst es ja. Hau ab. Wer ist denn dein Nephi, Agapi? Wieso fällst du jetzt schon wieder bei Nerville? Warte mal, Dardosh. Guck mal hier. Nephi, das ist doch. Guck mal beiseite. Hey, Freunde. Danke. Hey, Goro, du bist ja schon wieder Detektiv. Gut Gaming lebt wieder. Jetzt kann Gut Gaming den Echten töten. Ja, sauber. Dann ist es Dardosh. Nerville hat auf Dardosh geschossen. Ja, genau. Ey, da ist sie durch den Traitorgang. Hier, das war Dardosh. Dardosh war hier. Ey, Early, wo kommst du denn? Ich steh doch hier immer noch. Okay, dann ist es Dardosh. Der Traitorgang war gerade eben zugegangen. Ja, hinter dem Bücherregal. Alter, hier wird auf Goro geschossen, oder? Ja, ja, ja. Goro, es muss doch Dardosh sein. Hä, was? Ich hab doch nichts gemacht. Hallo? Deswegen hat Nils wahrscheinlich... Was machst du denn? Dalu hat gerade einen gekauft. Ja, Dalu hat einen gekauft. Sicher? Richte den hin! Alter, ihr bescheuert. Er hat geschossen. Er hat auf Early geschossen. Aber ich glaub, das ist Hass. Ey, wer auf mich... Ey, Early, ich mach dich jetzt, ne? Das ist die falsche Richtung. Wie sicher bist du dir mit Dardosh? Du und Dardosh waren in diesem Raum. Weil meine Theorie ist jetzt, dass Nils eigentlich Dardosh gesehen hatte. Und der ja auch mit D anfängt. Also du und Dardosh waren in einem Raum. Und dann ging das Bücher... Hier ist Dardosh! Ja, und? Was ist es mit Dardosh? Darf ich ihn töten? Ist Dardosh, ist es? Ja! Ich mach ihn jetzt! Es ist Hallo! Was? Es ist Hallo! Es ist Korki! Wer ist es denn jetzt? Ey, Goro macht gar nichts hier. Der entscheidet gar nichts. Das ist jetzt weh, du klassisch. Was ist jetzt entscheid? Ja, gut. Wieso denn jetzt AGP? Dardosh oder ich? Achso. Ja, dann beide, ne? Hä? Wieso denn beide? Was? Ich hab doch gar nichts gemacht. Oh, Dardosh. Was ist denn mit Nils? Ich dachte, Nils wurde wiederbelebt. Ich bin vergiftet worden! Ja, Dardosh ist wirklich vergiftet worden. Das ist ja schon mal... Das ist so ne typische... Das ist Dardosh! Das war's Dardosh! Ich war doch gar nicht bei ihm! Du musstest wegheilen! Heil es weg! Das muss Dardosh sein. Dardosh muss hier in diesem Gang... Du hast das falsche gekauft! Ich geh in die andere Richtung. Pass auf, Early. Nicht, dass du mich abschließt. Du musstest wegheilen. Das geht! AGP ist es! Toll. Ich hab den AGP gekillt! Ich bin vergiftet! Confirm ihn doch! Ja, ich bin doch vergiftet! Ich seh nichts! Dann heil dich die ganze Zeit! Dardosh ist es auch! Wo ist er denn? Dardosh! Den machen wir! Siehste, deswegen wollte Nils nämlich eigentlich Dardosh rufen! Ich hab einfach irgendeinen Namen gesagt! Dardosh! Okay! Ich dachte, du Dardosh kannst doch nichts sagen! Aber Nithi hat doch auf Dardosh geschossen! Ja, aber nur weil er an dir vorbeigeschossen hat! Ja, genau! Guck mal da! Juhu, du hast die Holgeschwindheit in diesem Chat, Schönen! Und sicher ein Mal mit dem Unviehigkeit... Dardosh hat Dardosh ein AgP gekriegt ein AgP. Hey Julia, am Anfang ist es normal, dass du bekommen hast, ne? Dardosh hat Dardosh ein AgP bekommen. Und dass du Fäuste hast, meine ich. Jaja, bei mir hat es am dritten Mal immer noch Flucht geblüht. Aber jetzt gehts? Okay. Ich werfe einfach nur Fässer da durch. Und durch das Kontalen mit Liquid und Kundra zusammengegangen. Oh Gott, die brennt ja überall. Ey Nils, die Taktiv haben alle ausgeschaltet. Ich hab's auch ausgemacht diesmal. Ey Liquid hat doch grad geshoppt, oder? Ich kam grad durchs Portal. Irgendjemand muss es ja machen. Ist Liquid jetzt frei zum Abschuss? Liquid ist eigentlich frei jetzt. Was? Ich kam durchs Portal und er sagt, ich shoppe. Den mache ich. Da ist er. Ja, warum soll ich denn ausweichen? Hier, was kann man hier rein und dann sieht man, ob man Traitor ist. Hallo da, hallo. Ja, ne? Auf Liquid, der ist doch da vorne, der ist frei. Ich spinns nicht, ich war hier in diesem Traitor-Check-Gedöns-Grün. Wo warst du? In einem Traitor-Room. Nein, wo ist der Akkipier? Was ist das? Leute, guck mal, ich bin unsichtbar Liquid. Nein, bist du nicht. Es gehen alle rein. Ey, okay. Ich bin hier irgendwie... Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Das war Dario übrigens. Ah, nur Penner. Wo ist Dario denn? Oh, es ist Early. Er hat auf mich geschossen, ich lebe noch. Er hat eine Taube! Der ist knapp auf meinem Kopf vorbeigeflogen. Oh Gott, ist alle tot! Agipi, lebst du noch? Ja, ich leb noch. Okay. Was machst du hier? Loll! Ali hat einen Traitor gekillt! Ich glaube, oder? Oder hab ich Julia getötet? Ich will wissen, wer... Agipi, zurück, zurück, zurück! Ich bin hier wohl zähl. Die Taube ist knapp auf meinem Kopf vorbeigeflogen. Ja, es war eine Explosion. Gut, Early. Sehr gut. Klassischer Early. Du musst den Barsch in diesen Traitor-Überprüfungen gedöhnen. Nein, wir wollen das nicht verhindlichen, dass Early-Boy Julia getötet hat. Okay, stimmt eigentlich. Ja, das ist für mich... Ich hab Early-Boy getötet. Hey, lass mich doch mal in Ruhe, ich wollte hier wiederbelebt. Echt? Lässt du mich in Ruhe? Oh, Shotgun. Das warst du doch gar nicht. Okay, Agipi, du hast den Gokoball vor mir. Ich geh jetzt in den Traitor-Room-Charles. Ja, Agipi, du bist da hinten grad vor- und zurücklaufen mit der Sniper. Ich hab ne Idee. Warte, hast du da gesehen, der Sniper? Komm, Agipi, komm! Hallo, Lada! Pokémon-Fahrradmusik machen. Wenn ich es jetzt wäre, würde ich dich erschießen, sobald du ihn wiederbelebt hast. Das wäre so geil. F***! Ey, das ist mein Fahrrad! Ich hab mein Fahrrad gemacht. Geil. Aber es wäre richtig mies, ne? Wenn ich jetzt auch noch Traitor... Oh, das wäre aber saugeil. Ey, nicht schießen, bitte. Deswegen glaube ich, dass Daniel jetzt Traitor ist. Nee, ich glaube, Daniel... Ich hab grad Early-Boy nochmal erschossen. Oh, verdammt. Nephiar. Also, Early-Boy ist zweimal gestorben, die Runde uns hat einen Traitor getötet. Ja. Beste Runde. Bester Mann bisher. Walu kommt grad ein. Hey! Nee, Nephi hat grad eingekauft. Walu hatte gerade die heftigste Gelegenheit, mich zu töten. Also, ich finde, ihr ist einigermaßen konfirm. Ey, wo kommst du denn hier? Nephi hat einen Telekopf. Ich habe auch gerade noch einen Traitor erschossen. Ey, Nephi, du bist doch so ein Pokémon-Free. Stimmt, du hast einen Traitor. Agipi hatte grad eine Nate gedroppt und die ist noch nicht hochgegangen. So, die... Ah, okay, okay, eh. Boah! Ich mach mit jetzt. Brand von... Von Goro. Brand von Goro. Ja, Goro macht mit. Alles klar, Goro. Ich mach dich jetzt. Hier, Nephi, du bist doch so ein Nintendo-Freak. Goro confirmed hab ich gehört. Mach die Pokémon-Musik. Ich kann keine Pokémon-Musik. Toll. Guck mal, wir haben noch ein Defi. Komm, wir beleben auch wieder. Julia, was war da los? Julia, was war da los? Ja, Taube. Kaputt. Auf mich zugekommen. Ist so knapp an mir vorbeigeflogen. Ich hatte einen Plan. Das ist die optimale Taubenmatch. Ich hatte einen Plan. Ja, die Taube ist auf der Web echt geil. Aber Early hatte sie halt. Darf man Leute hier vorne im First-Room hier killen, oder? Klar, aber die sollten ja innerhalb der Zeit die rauskriegen. Ja, ich bin gespawnt. Ja, das ist korrekt. Also bitte an die Regeln halten, Anne. Ja, Anne. Du hast 30 Sekunden Zeit. Wieder so ein negativer Auffall. Schon wieder Anne, ne? Wir hatten grad das Gespräch. Ey, wer spawnt hier einfach in mir dadurch. Dadurch wollte, dass wir stuck sind. Dann hab ich das easy kill. Easy game. Ist das denn wahr mit der Wache hier? Ha, Shotgun. So, ich bin safe. So ne gute Idee da, Luke. Ich weiß nicht. Lass uns doch klar sein. Das gibt's doch nicht. Ist das ein Traitor-Tester? Ja. Liquid, geh doch mal rein. Geh weg. Ey, hier. Nicht den Nefi, äh, den Nightshade machen. Nicht den Nefi machen. Nicht den Nefi machen. Nicht den Nefi machen. Das geht nicht so. Ja, aber warum denn hier genau? Ja, Liquid ist auch safe. Nächster. Nächster. Nils, ich bin hier... Das ist ne Einbahnstraße. Hallo, Nils. 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 Block Nils, bitte. Der verfolgt mich die ganze Zeit. Fing du mich nicht. Wer hat dich vergiftet? Wer hat dich vergiftet? Irgendeiner hat dich vergiftet. Ey, ich hab Anne getötet, weil sie Nils vergiftet hat. Das war ich. Anne gekillt, Leute. Das stimmt überhaupt nicht. Ich war das. Ich hab auf Anne geschafft. Okay, Brandgranate auf Darmstadt. Ich bin Detective, jeder der was anderes behauptet. Der ist von so was. Ich bin Detective. Ich hab Anne getötet. Und die Deu-Goro. Dalu hat ne AWP. Kroos, ne? Da ist nicht das Haus. Da ist Detective-Trailer. Du bist der einzige Trailer. Licht ist auch. Ich zieh das in der Hand, Leute. Alles gut. Angeblich ist es. Angeblich. Hey, das ist ne... Hallo AGP. Angeblich ist es AGP. Von wo kommst du her? Da ist AGP. Wirklich. Er schießt. Er schießt hier. Ich hab ne AUG. Das würde anders klingen. Dalu hat ne AWP. Was da los? Der ist Detective-Trailer. Knall ihn ab. Der ist Detective-Trailer. Den mach ich fertig. Spass-Fazit. 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 Oh! Oh! Oh, das ist eine Chance, ey. Jetzt mach ich dich. Was? Wer hat denn da noch Sicht gehabt? Ich glaube, das war AGP. Ah! Das war AGP gewinnt. Kannst du mich rein? Ich traume. Erli lebt immer noch. Unredet nicht. Also erlangt, dass Erli so lange lebt. Schreie, weil wir das heute machen. Du musst dich so nachher aufhören. Halt! Ne, hier liegt noch einer. Alleine weil Erli noch lebt, ist das. AGP ist tot, dann muss es Nefi gewesen sein. Nein, ich war das nicht. Das ist auch so ein Nefi-Ding. Ey, ey! Hilfe! Dadurch! Ey, sag wie du sagst du meinen Namen? Nefi. Was denn? Ey, Torben ist Nobios. Nein, die AWP tötet mich! Aaaaah! Banane! Oh, Banane! Oh, Banane! Ah, schade. Warum bin ich gestorben? Du lebst doch noch. Du lebst doch noch. Du lebst doch noch. Hä? Du hast es gewonnen. Fuck! Achso! Achso! Nefi kennt den Win-Bildschirm noch nicht. Das ist ein bisschen ungewohnt. Oh Mann, ich wollte gerade noch shoppen. Hat Dalu die ganze Banane aufbauen? Jo, ich bin auch einfach in Smash spawnen gestorben. Hier ist ja ein Loch. Ja, da ist ein Loch. Ja, da ist ein Loch. Ja, da ist ein Loch. Ich bin zuerst dran, Nefi. Ich bin über den Spikes gespawnt. Das war gar nicht so geil. Genau da. Komm, wir bleiben hier, falls wir es werden. Was ist eigentlich hier mit den Knöpfen? Was passiert da? Stell dich hier so nicht, Nefi. Falls wir es werden, können wir wen abknallen. Okay. Nein! Nein! Ich geh lieber. Da ist Dalu gekommen. Vorsicht. Das geht nicht. Oh, ich hab Goro eingeschossen, glaube ich. Goro ist tot! Der ist durch den Telefon geflogen, die Leiche. Gramps hat Goro gekehlt. Ja, das ist eine Fake-Leiche. Der hat sich seine Identität geholt. Wenn ihr einen Goro seht, abknallen. Das bin ich. Da ist ein Fake-Goro bei. Hier ist ein Fake-Goro. Was ist ein Fake-Goro? Ja, Doppelgänger. Fake-Bai. The Cake is a Fake. Hey, Fiera! Alleine, dass Goro noch lebt. Hallo Goro. Hallo Goro. Hallo, da brennt's. Oh mein Gott! Achso. Moment. Ich bin eins. Hey, warte mal! Wer hat da... Oh, siehst du mich rein? Was war da denn los? Kommt nachher zum Boxfight. Inzi. Boxfight. Komm her. King Boss da bin ich. Wo bist du? Ein Incident. Ein Incident. Was geht hier denn ab? Du hast nicht gesehen, dass ich gerade nachladen. Oh, ich hab kein Leben mehr. Oh, Boxerei. Oh, ich hab kein Leben mehr. Jetzt ist Schluss. Jetzt ist schon. Komm schon, komm schon. Jetzt ist es vorbei. Ey, AGP ist fast tot. Ich hab noch 1 AP bei nur. Er hat noch 1 AP. Boxt ihn. Hopp. Schon noch 1 AP. Boxt ihn jemand. Es fällt doch gar nicht auf in der Menge. Goro war's. Goro war's. Das war Nils. Goro war's. Goro war's. Oh, Halleluja. Goro war die. Goro ist das ernst. Goro ist das ernst. Grenz, lebst du noch? Ja. Grenz, lebst du noch? Ja. Grenz und dich sind, glaub ich, safe. Tötet Goro. Jo, Anne, Anne, Anne. Ist das wirklich Goro? Oh, dadurch wurde wegge... Dingens. Warum bist du auf einmal so ruhig? Er hat ein Baby geworfen. Ich hab Anne getötet. Das stimmt doch gar nicht. Das war Dardash. Boah, was ist da da eigentlich passiert? Hier, was ist hier mit den ganzen Leichen? Miauuu. Warte mal, wie viele sind's denn da? So, wer ist denn der Letzte? Identifizier die mal alle da. Ja, warte, ich bin dabei. Jo, ihr seid mir vorbei gerannt. Gut, dass ich unsichtbar bin. Ja, du bist... Da, Liquid, Liquid. Den mach ich fertig. Ich glaub, Liquid ist der letzte Überlebende. Ne, wer noch? Liquid ist auch noch. Ne, ne, ich hab jetzt fast keine Kontrolle. Was labert da, du? Der steht auch noch. Liquid und Kunrad können sich doch... Ja, ist Kunrad da oben. Es sei denn, der Traitor-Kollege wollte da... Was ist... Wer war full life? Sag schnell nochmal, Julia. Du bist doch voll... Ich hab... Bin fast tot. Ja, jetzt. Was machen, Grant? Weil die Heilige neben mir explodiert ist. Komm, hierher. Hier ist Kunrad's full life. Ja, ich hab aber Anne erschossen. Ja, stimmt. Ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet. Ja, das ist Liquid. Liquid ist es. Liquid ist es, Leute. Das ist Liquid Detective. Es ist Liquid. Wir haben's alle gesehen. Was? Vorsicht, Julia. Nein, lieber nicht. Warte, 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 warte. Wer ist... Es ist auch Liquid. Den finden wir doch hier wohl. Vorsicht, Julia. Hallo, ich bin safe, Julia. Jetzt hör mal auf, so Quatsch zu sagen. Wie kann ich durchs Feuer rennen und full life gewesen? Das... Goro ist durchs Feuer gerannt. Er ist doch fast tot. Hä? Leute, mir nach. Hier. Wo bist du? Ah, nein. Hä? Er ist ja gespawnt, Julia. Wieso hast du dich gesehen? Wo? Da hinten? Ich bin überall, Freunde der Sonne. Ah! Ah! Er schreck mich noch nicht so. Ich hab Koro wiederbelebt, übrigens. Hallo, Kondran. Ich sterbe jetzt. Kondran, du stirbst. Ah! Oh! Oh! Oh, war der schön. Der hättest besser die Deagle behalten, ey. Du hast aber einen in der Hand bei mir. Also du hältst zumindest fast. Aber hier liegen welche. Ach, da. Annes Trailer. Ach, da. Aber Dadosch hat doch Anne gekötet, ne? Nee, Dadosch hat nicht abtab, wie man das so schön macht. Ja, die ist... Ey, Kunrad, geh doch mal weiter! Hänge fest. Nein! Aber Dadosch hat sich trotzdem töten lassen. Ah, okay. Dadosch. Die Trailer töten. Nee, die Trailer. Finde ich nämlich kacke. Kann ich doch nicht dafür, wenn Dadosch betrunken ist. Anne ist am Fade gestorben. Dann wären wir jetzt mit Brandgranate. Ich bin in das Dings. Nein, mit dir, Lobius. Guck mal, jetzt, jetzt, jetzt. Was mit mir? Hier! Ich wollte nur wissen, ob du vom Spawn weg bist. Nein! Ach so, ja, ja, ja. Oh, da ist doch jemand anders. Scheiße, nein! Hey, ich bin Detektiv! ARGP, na, das klappt! Woah! Was? Warte, da wo keine Tele... Boah! Boah! Da wo keine Portal-Textur an der Wand ist, da können nur Traitor rein, oder was? The Fade is real. Anne shoppt! Anne, am shoppen! Ich warte, bis das Feuer weg ist, du Idiot. Ne, drüber war doch auch Portal. Warum nimmst du das, ne? Sie hat dich Idiot genannt. Ich war auf 400 Seite, was. Dalu! What the fuck war das? Was? Oh! Hey, ihr Bengel! Dalu, 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 save 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 save. Warum denn? Dalu ist es? Nein! Dalu ist es. Was? Dalu ist es? Wer hat einen Dragon Punch? Dalu, Dalu! Da ist er! Nils ist es! Nils ist es! Nefi, mach keinen Mist jetzt! Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab Dalu. Nils ist es, Leute, Detektiv-Befehl. Explodiert doch nicht. Lauf early! Du wolltest mich umbringen, nur weil ich einen höheren Rang hab, ey. Im Polizeibüro, ey. Alter. Alter, komm dran. Er wollte sich hochtöten. Ja, echt mal. Nur weil ich ein Lieutenant bin und du so ein Fuß-Handlanger. 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 Hä? Okay, okay. Okay, okay. Wann lassen Sie den Tag auf? Ich hab Dalu-Kart erschossen! Wieso hast du das getan? Nein, hast du nicht. Den hab ich erschossen. Ich hab auch auf ihn geschossen. Okay, jetzt wird er... Da kommt Anne wieder da! Anne ist es doch! Ich glaube, es ist Nefi. Anne, 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 Anne! Gehen Sie, gehen Sie, gehen Sie! Anne, 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 Anne! Gehen Sie, gehen Sie! Ich bin Nils ausleihen! Nein! Ist das ein Traitor? Lassen Sie die Leiche liegen! 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 Ey, Nefi, warum kämpfst du da? Gehen Sie! Ich beobachte eine Leiche! Nefi! Gehen Sie vom Tatort! Amaro! Dadosch! Nefi, du Boy, Alter! Dalu! Dalu! Genau, Dalu! Ja, ja, hat der Kollege extra noch mal ein paar Worte zu dir gesagt vorher, ne? Als er gestorben ist. Ja. Mach keinen Scheiß! Ja, genau! Vielleicht hat er auch mit dir geredet. Ne, weil du die Runde davor nämlich schon Team-Attack gemacht hast bei deinen Traitor-Kollegen. Ja, genau! Anne! Siehst du, das hört man raus! Nefias, hockst du da, weil du snipest? Anne! 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 Kann man dich identifizieren? Nefias! Die sind identifiziert! Guck doch! Anne! Bei mir ist es nur Lobbius und die Traitor! Nice try, Nefias! Aber die liegen doch hier! Nefias hat sie doch, äh... Ja, hier liegt doch Lobbius und Daluis liegen doch hier! Guck mal, Dadosch hat sie gesagt, Nefias hat sie doch! Guck mal, Dadosch hat sie sagen, Nefias hat sie doch! Guck mal! Dadosch hat nämlich gar nicht auf Dalu geschossen. Natürlich! Ich habe ihn getötet! Ich und niemand anders. Außerdem hab ich ihn am Anfang der Runde schon confirmed. Aber ist ja auch unwichtig. Ich hoffe, ein Detective hat Dallos Leiche mitgenommen. Ja. Gut. Ich muss sagen, die Portrait-Gramm wäre auf dieser Seite verdammt geil. Ah, ich wurde abgeschossen von der Sniper und zwar von... Kundran dann. Wir? Nee, 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 nee. Nein, 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 nein. Nein, Kundran dann. Das ist gar nicht wahr. Ah, wo Kundran? Hallo? Macht er noch mal. Oh, danke. Das ist so unerwartet nett von dir. Warte, da rechts, da rechts. Ich hab'n jetzt gefunden. Da ist der Leiche. Das ist ne Falle. Oh, ist das ein Scheiß, jemand findet Karten. Dallos ist tot, ey. Kundran dann ist es! Oh! Kundran! Oh, du bist da, ey. Kundran jetzt um Abschluss freigeben. Das war gut auch. Warum das denn? Das find ich nicht nett. Du hast mich grad angeschossen. Das würde ich nicht tun. Friends, wo bist du? Tod. Friends, wenn du noch lebst, bleib wo du bist. Ich komm zu dir. Tod aber. Kundran ist um Abschluss frei. Warum denn? Warum denn? Friends, wo bist du? Tod. Warum redest du da? Weiß nicht. Da hat er seinen Spaß drin. Sag mir welches, wo du gestorben bist! Mann, Mann, Mann! Ah, schade. Kundran macht so gute Runden, Leute. Er hat sich extra töten lassen, das hat man schon fast gesehen. Aber guck mal, ich hab doch sogar den Detektiv zur Leiche gecallt, der hättest doch sehen müssen, wo er gestorben ist. Ja! Hätte ich doch in die Luft geschossen hab, nur extra. Hätte ich doch in die Luft geschossen hab, nur extra. Nichts effektives. Was haben wir nicht gegen ihn? Mein Dragon Punch war aber effektiv. So in der ganzen Masse. Der Nils ist auch durch die Gegend. Vier Leute waren in dem Raum. Ich hab auch einer. Ey, Nils, du! Ach, Lobios ist das. Ja, ihr... Du stehst doch draußen, weil das ist ja nicht möglich. Ja, ich konnte mich da irgendwie nach draußen machen. Oh, Leute, das gibt Free-Kills. Letzte Runde. Ich mach die alle fertig. Hier, den AGP auch direkt, ey. Wer? Hallo? Wer? Ich war das nicht! Es ist ein Bitterbrötchen, lass mich hier drunter. Die haben sich gegenseitig abgeknallt. Nefi, lass das doch mal gut sein. Die hab einfach den gemacht, den übernehmen wir am Ende. Die haben eskaliert einfach. Guck mal, ich hab zwei Traitor gekillt. Ich hab zwei Traitor gekillt. Ja, dann ist der letzte Grants. Ey, ja, und ich hab die anderen beiden Traitor hier mitgekillt, oder was? Ja. Warum soll ich so was tun? Die sind einfach alle eskaliert. Weg vom Tatort! Weg hier! Wer hat das Lumi zu sagen gehabt? Weg hier! Oh, das war... Julia! Oh! Okay, scheiße, Olli war's nicht. Schöne! Du warst nicht! Wieso wolltest du mich dann anzünden? Hab ich doch, ich hab nichts geworfen. Das kriegst du zurück. Nefi, wer denn jetzt? Ich werd mit dem Scheiß, was auch immer das ist. Nefi, auf wen soll ich schießen? Nefi ist glaub ich dumm. Nefi! Das ist doch grad jemand abgefuckt. Ne, das... Ich hab eben Olli gemacht. Das war nicht so schlau. Was ist das eigentlich für Chaos hier? Ah, hier ist Nefi noch. Nefi, hier ist doch jemand gestorben. Nefi, hier ist doch jemand gestorben. Wenn Nefi tot ist, ist es Grants. Ey! Du Monster! Oh, guck mal! Nefi ist tot! Das warst du! Ey! Go! What's up! Ich hab gar nichts, wo zur Hölle seid ihr überhaupt? Ich mach Grants. Nein! Halt! Er hat mit der Golden Eagle geschossen! Er hat wirklich mit der Golden Eagle geschossen! Ich hab die! Goro! Das kann ja jeder erzählen. Was ist denn? Ich häng dir den Scheiß an, ey. Komm her! Wo bist du, ey? Wenn ich jetzt sterbe, Leute! Hört genau hin! Nein! Wieso? Halt! Das ist unlogisch! Wieso ist ich gestorben? Also doch, Botze! Ah! Also wirklich Grants! Nein! Hier, Anne! Als das Baby-Job war, ich bin sicher, dass du Wences war, weil du da warst im Gang und deswegen hab ich mit der Golden Eagle auf dich geschossen! Ach, du hast mit der Golden auf mich geschossen? Ja! Ich hätt auch noch mal aufgeschossen! Oh, der Friendship hat die Runde geschossen! Ich wollte ja auf die schießen, Goro, damit alle denken dann... Guckt euch mal! Ja, passt ja! Ist ja eh die letzte Runde! War eine echt spannende Runde! Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder! Bis dann, ciao! Tschüss! 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 Lass��?!? Tschüss! Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.